Herzlich Willkommen zu unserem neuen Video Video Saison 2021 Teil 3 Dieser Film zeigt die Rückfahrt von Travemünde nach Wittingen, wo unser Heimathafen ist Von unserem Jahresurlaub in Niendorf auf der Ostsee Viel Spaß dazu Weiter uns 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Teil 3, die Rückfahrt von Travemünde nach Wittingen. Im nächsten Jahr 2022 haben wir dann geplant, eventuell nach Dänemark zu fahren. Bis dahin, Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020